A Haunting in Venice hält in mir den älteren Wunsch lebendig, Kenneth Brenner möge seine Hercule Poirot-Reihe noch viele Jahre fortsetzen und fügt den Neuen hinzu, daß er dabei gerne vermehrt auf die unbekannteren Fälle aus Agatha Christie's illustrem Werk zurückgreifen möge, weil ich hier zum ersten Mal keinen Schimmer von der Auflösung hatte und mich über eine latent gruselige Atmosphäre freute, die man in den oft verfilmten allgemein bekannten Titeln kaum antraf. Wie schon seine beiden Vorgänger erfindet dieser Film kein Rat neu und ist am Ende nichts, was wochenlang im Gedächtnis bleibt, doch der Mix aus Retro-Rätselraten, Edelcast und der versierten Regie Brenners überzeugt mich auch in seinem dritten Anlauf, zumal A Haunting in Venice im Direktvergleich auch im Visuellen deutlich nach Punkten gewinnt, weil die auf Stelzen gebaute Stadt entweder größtenteils echt oder deutlich einfacher zu rendern war als ein Zug im Schneesturm sowie alles, was uns Brenner im zweiten Teil als Ägypten verkaufen wollte. Ich bin immer mal wieder ein gar nicht mal so kleiner Fan von solider Hausmannskost und die liefert diese Reihe getreulich zum nunmehr dritten Mal, wie eingangs gesagt gerne mehr davon. Ich bin immer wieder ein gar nicht mal so kleiner Fan von solider Hausmannskost und die liefert diese Reihe getreutung. Ich bin immer wieder ein gar nicht mal so kleiner Fan von solider Hausmannskost und die liefert diese Reihe getreutung.